So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Player Reviews. Lange, lange ist es her, aber nichtsdestotrotz, wo wir heute mit einem unbeschriebenen Blatt meiner Meinung nach anfangen. Denn der liebe Richie aus der FL Championship geht meiner Meinung nach enorm gegenüber den anderen Spielern aus dem Team of the Season unter. Beispielsweise einen Gardner, beispielsweise einen Wilson und ja, meinetwegen auch noch einem Aphope oder sonst was. Er geht einfach enorm unter, rein von den Werten her. So, die Preise seht ihr ungefähr unten, natürlich muss das bei der Playstation 3, Playstation 4 heißen. Und ja, es ist halt Preisrange abhängig und wie viele wahrscheinlich von ihm auf dem Transfermarkt drauf sind. Auf der Xbox und der Playstation sind es wahrscheinlich enorm viele, auf dem PC sieht man ihn im Moment gar nicht. Aber ich habe die Preise jetzt einfach grob eingetragen. Die Preisrange ist auf jeden Fall 40 bis 120k jeweils, das kommt ungefähr hin. So, was zeichnet diesen Richie aus? Der 3-Sterne-Skills ist okay, kann man mitarbeiten. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber es funktioniert. 4-Sterne-Schwacher Fuß ist schon mal sehr geil, weil die setzt er auch wirklich um. Machen ja auch nicht immer alle Spieler. So, was sieht man am ehesten in den Clips? Er hat diese verkackten Dipping-Longshots und das ist einfach enorm selten in FIFA 15. Das haben ganz, ganz wenige Spieler und das macht ihn einfach so geil. Es macht so viel Spaß aus der zweiten Reihe. So 25 Meter einfach mal schön mit ihm drauf zu ziehen und er kann es halt einfach. So, die sind immer knapp auf dem Tor, egal ob mit links, mit rechts, ins lange oder kurze Eck. Sie fallen und das ist das, was es einfach so super geil macht, mit ihm Longshots zu machen und das macht ihn auch so enorm gefährlich. Seine Passspiele sind auch vollkommen in Ordnung, da kann man nicht meckern. Das kommt natürlich auch zu tragen durch seinen Ingame-Werten. Oben seht ihr sonst nochmal die sechs besten Ingame-Werte von ihm plus die Player-Trades. Flair, Reich, Technik und Dribbler, merkt man. Denn sein Dribbling ist sehr geil, gerade die Ballrolle und die einfachen Übersteiger funktionieren einfach super. Kommen wir nun zum Fazit. Auf der Pro- und Kontra-Seite haben wir natürlich nochmal ein paar Punkte vermerkt, um euch das Ganze noch ein bisschen einfacher zu machen, ob er sich denn auch wirklich lohnt. Also, ausreichendes Tempo plus guter Antritt. Man darf jetzt keine Pace-Fuge oder dergleichen erwarten. Es ist halt einfach wirklich so, dass er solide läuft. Er ist relativ schnell, er hat einen guten Antritt, aber das war's. Nicht schneller. Also, 81 setzt er ganz gut um, was auf seiner Karte draufsteht. Starke Balance und Beweglichkeit, das kommt natürlich seinen Ingame-Werten zu Lasten. Das sind die einzigen Dinge, die wirklich enorm herausragen, wo man sich so denkt, hey, okay, gut, mit dem kann man wahrscheinlich einfach von der Hand aus dribbeln. Ne, im Strafraum auch ein guter Pluspunkt, Bombenschuss, keine Frage. Also, sehr, 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 sehr geil, wie der seinen Schuss umsetzen lässt. Und, äh, ja, was dann natürlich noch mit den Ingame-Werten harmoniert ist in ein sehr einfaches Dribbling. Dribbeln ist mit ihm nicht schwer. Ja, gerade mit der Ballrolle und dem Roulette und den einfachen Übersteiger kann man viel und, äh, dementsprechend auch perfektiv arbeiten. Unter anderem ist er ein guter Vorbereiter. Das kann man auch seinen Passwerten und seiner Übersicht verdanken. Also, er funktioniert, wie schon gesagt, als rechter Flügelspieler als auch als rechter Mittelfeldspieler. Kommt immer auf den Spielstil an. So, auf der Kontraseite haben wir dann zwei Punkte, die gar nicht mal so wenig wiegen. Einmal ab und an etwas unauffällig. Es gibt einfach Spieler, da geht er komplett unter und da kommt der nächste Punkt einfach mit zu tragen. Teilt sehr zweikampfschwach. Er ist nicht so stark und das merkt man halt einfach manchmal. Aber nichtsdestotrotz hat er eine relativ gute Wertung verdient. Und das ist meiner Meinung nach eine 9,1. Wenn man bedenkt, wie er spielt und wie viel der nette Herr letztendlich kostet. Das ist ein Silberspieler mit soliden Werten, der einiges kann. Er ist einfach zu verlinken und es macht einfach mega Spaß mit ihm zu spielen. Weil jedes Mal, wenn man einen Longshot macht und man weiß, dass es knapp wird, geht er mal rein, mal nicht. Wenn er drin ist, freut man sich. Und auch so im 16er ist der Teil jetzt einfach sehr, sehr eiskalt beim Abschluss und sehr trocken. Das ist einfach wirklich nur eine Bereicherung fürs Team, sofern man mit ihm spielen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der Karte, wenn ihr ihn euch kauft. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Hahn.